Wir sind Wiesen, wir sind, wir sind Wiesen. Und jetzt haben wir sogar noch den Chef persönlich an unserer Seite. Genau. Manfred, wie geht's dir? Ja, wenn du neben mir bist, hervorragend. Mir geht's gut. Echt? Nach den vielen Tagen Wiesen geht's dir immer noch gut? Mein Gott, das Milnerpublikum ist ein Traum. Das Oktoberfest ist nicht immer ein Geschenkswetter, aber man sagt, das Schauer macht lustig und ich heiße es so. Ja, gemütlich ist es bei dir, Herr Rinn, schon. Wer, wenn's wieder draußen kreislich ist? Ja, es ist ja auch ein Schauerstoffzelt. Darum, nomen ist omen. Die Stimmung passt wirklich, die Leute, glaube ich, sind zufrieden, sonst wären wir nicht so gut und so gern besucht. Du, wir haben ja jetzt noch niemanden gesehen, der so eine fesche Jacke hat wie du. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Das ist ganz einfach, weil es keinen anderen verdient hat. Bist du der Admiral von der Wiesn dann? Nein, das ist eine Fantasieuniform, die habe ich 2005 machen lassen vom Gewandmeister, vom Gärterplatztheater. Und ich habe andere Kostüme auch machen lassen, die sind nicht schlecht, aber das ist irgendwie so ein Signum vom Schichtel von mir geworden. Da bist du eigentlich bei der Sophia genau. Richtig, weil die kennt sich mit Kostüm aus. Sie hat lange an der Oper gehabt. Ja, ja, ja. Ja, das weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Aber sag einmal, du musst doch gleich wieder auf die Bühne. Wir haben Glück, dass wir dich mal kurz hier ergreifen können. Nein, ich habe Glück, dass ich ergriffen worden bin. Ich bin wirklich ergriffen, Herr Schaft, aber sowas von ergriffen. Schau hin, wie sie mich ergreift. Seht ihr das? Ja, ich greife mich da richtig rein. Ja, ist denn heute schon Weihnachten. Du, aber es geht dir gut. Ich bin immer noch fit, nicht krank geworden. Total. Also ich kann das, das Wetter hinter mir eigentlich so Vollgas zu geben, weil körperlich, die dauert nicht weit zu reißen. Also mir geht es wirklich gut. Also die letzten zwei Jahre waren die Corona-Korwiesen fad, oder? Also ich habe mir da die Seele verstaubt, wie ich gehört habe, es gibt so mal keine Wiesen. Aber jetzt sind wir fit und wir können halt weniger machen, wie wir könnten, aber wir machen alles gerne. Zum Jermann, darf ich noch einen sagen, zum Jermann gibt es keinen Grund, überhaupt nicht. Das stimmt. Man steht dann einen schönen Restwiesen, ist ja nicht mal lang. Aber das genießen wir noch in vollen Zügen. Danke, gell? Ein schönes letztes Wochenende. Und Herrschaften, jetzt danke für die Aufmerksamkeit. Sie können den Fernseher jetzt ausmachen. Das Beste habt ihr jetzt gesehen. Servus. Servus.